Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserer ganz neuen intensiven Erdung. Es ist eine Erdung der neuen Zeit, welche alle euch bisher bekannten Erdungsformen ablöst und so intensiv wirksam ist, wie noch keine andere Art zuvor. Jetzt fragst du dich sicher, warum brauche ich denn eine Erdung, warum muss es eine intensive Erdung sein? Das kann ich dir gerne sagen. Die Erdenergie ist ja ständig in Bewegung und steigt immer weiter an. Und daher hat unser physischer Körper unsere anderen mentalen, emotional und spiritueller Körper Not, sich dem anzupassen, wenn wir ihm nicht dabei helfen. Und diese intensive Erdung ist einfach eine sehr großartige Hilfe, damit jeder Mensch, der die macht, der diese Erdung vollzieht, auch in seiner Mitte wieder ist. Denn wenn wir nicht in unserer Mitte sind, werden wir sehr unter der erhöhten Erdenergie leiden. Man hat vielleicht Schmerzen, man fühlt sich nicht wohl, man ist einfach nicht in der Mitte. Man ist diesen Energien ausgeliefert. Und die intensive Erdung der neuen Zeit ermöglicht es uns, uns immer wieder den erhöhten Schwingungen anzupassen und im Gleichgewicht zu sein. Ja, diese Erdung verbindet den emotionalen und den mentalen Körper. Dies wird über den mystischen Heilgeist ermöglicht, welcher auch in der Erdung mit dabei ist. Und ich kann dir wirklich empfehlen, diese Erdung, wenn es dir möglich ist, jeden Tag zu vollziehen, mindestens einmal. Beziehungsweise, wenn du dich total gestresst fühlst oder fühlst, dass du aus der Mitte gekommen bist, dann mach einfach diese Erdung, damit dein System wieder neu ausgerichtet wird, ausgerichtet in der göttlichen Ordnung. Ja, und ich denke, jetzt beginnen wir. Du brauchst eigentlich gar nichts zu tun, als nur zuzuhören und zu genießen. Folge meinen Worten und lass dich auf die Energien ein. Sie werden für dein allerhöchstes Wohl wirken. Ich sprühe mich jetzt erst mal mit meinen Essenzen ein. Das kann ich dir auch empfehlen, falls du eine Essenz zu Hause schon hast. Dann kannst du zusätzlich die Wirkung der intensiven Erdung sowie auch die Wirkung aller anderen Videos verstärken, indem du eine Essenz benutzt. Es gibt dazu ganz viele auf meiner Webseite. Den Link stelle ich auch unten ein. Ganz wichtig ist das Auraspray von Anja. Anja ist eine Energie, welche die Erinnerung deiner Seele an deine Fähigkeiten verstärkt und sehr hilfreich und verbindend in der intensiven Erdung der neuen Zeit. So, und jetzt beginnen wir. Lieber Lichtarbeiter, lieber göttlicher Mensch, liebes Menschenkind, schließe nun deine Augen und spüre deine göttliche Flamme, welche in deinem Herzen ruht. Lege deine Achtsamkeit auf dein Herz, auf deine Seele, welche in deinem Herzen wohnt. Und dann spüre das helle Licht der Liebe, das wunderschöne Licht des Friedens, welches in deinem Herzen leuchtet. Atme nun deine Liebe in dieses Licht hinein und spüre, wie sich deine göttliche Flamme immer weiter ausdehnt. Gebe dich mit jedem Atemzug immer tiefer hin, dieses Licht in dir zu fühlen, deine Göttlichkeit zu fühlen, bis du spürst, dass dein Herz so groß geworden ist, wie du selbst bist und dein Herz wie eine goldene Sonne erstrahlt voller Liebe, voller Frieden. Dies ist die Vorbereitung, welche dich zu der intensiven Erdung der neuen Zeit führt. Nun beginne ich, bestimmte Energien und Kristalle zu dir zu senden. Ich beginne mit deinem mentalen Körper. Dein mentaler Körper wird von allen Gedanken befreit, welche nicht in der göttlichen Ordnung sind. Dein mentaler Körper wird ausgedehnt, gereinigt, neue Energie fließt ein. Jeder Gedanke, welcher dich belastet, welcher dich aus dem Glauben, das Gleichgewicht bringt, wird transformiert und das Licht deiner göttlichen Flamme dehnt sich in deinem mentalen Feld aus. Spüre diese Energie. Nun sende ich dir Energien für deinen Emotionen. und deinem emotionalen Körper. Reinigende Energien. Unterstützende Energien, welche deine verletzten Gefühle ausgleichen und wieder in die göttliche Ordnung bringen. Lass es geschehen. Nimm es an. Nichts in der Entsteckung im Bereich. Nichts in der Entsteckung im Bereich. Nichts in der Entsteckung. Und wenn du in der Entsteckung im Bereich bist, Nimm es in der Entsteckung im Bereich. Jede Emotion, welche dich belastet, darf nun gehen. Jede Emotion, welche dich aus dem Gleichgewicht gebracht hat, wurde neu ausgerichtet in die göttliche Ordnung, in die Strahlkraft der Liebe hinein. Die Energien verbinden sich, mentaler Geist, emotionaler Körper, werden eine Einheit. Deine Seele erinnert sich an die Urstruktur deines Seins. Und nun sende ich dir Energien zur Erdung deines physischen Körpers. Deine Seele erinnert sich. Dein physischer Körper wird befreit von jeder Struktur, welche ihn belastet. Alle Energien der Dualität, welche auf deinem physischen Körper lasten, werden transformiert und in das Licht der Liebe umgewandelt. Dein physischer Körper spürt deine Göttlichkeit, das Feuer in deinem Herzen. Und nun sende ich dir die Energien des mystischen Heilgeistes, welcher diese Verbindung stärkt stärkt und festigt, die jetzt gerade entstanden ist und somit Körper, Geist und Seele erdet. Seiya, Satya, Norim, Ilis, Laya, Errona, Loran, Osam. Spüre, wie die Erdung an Kraft gewinnt. Denn nun werde ich zur Unterstützung der Verbindung weitere Energien zu dir senden. Ich werde deinen spirituellen Körper mit dem Licht der Liebe der Wirklichkeit ausdehnen und erden. Die Energien fließen jetzt zu dir. Spüre, wie die Erdung an. Dein ganzes System an die göttliche Ordnung angepasst wird, wie du jetzt vollkommen in deiner Mitte bist. und in diesem Moment Gottes Atem zu dir fließt. Öffne dich für Gottes Atem und spüre deine Zugehörigkeit. Spüre, dass du mehr bist als nur Mensch. Ich werde nun zum Abschluss all deine Körper miteinander verbinden, damit eine Einheit entsteht und du kraftvoll und ausgeglichen deinen Tag leben kannst. Es geschieht jetzt. Es geschieht jetzt. Und nun spüre noch einmal die Energie von Gottes Atem aus dem Zentrum deines Universums, da wo du herkommst. Spüre deine Verbundenheit und deine Göttlichkeit. Spüre, dass die Wege in die höheren Dimensionen nun frei sind. Und wenn es dir möglich ist, dann nehme diese intensive Erdung der neuen Zeit zu deinem täglichen Ritual in dein Leben auf. Du wirst spüren, dass dein Alltag viel angenehmer wird. Und du wirst auch spüren, dass es dir von Tag zu Tag besser gehen wird. Und so wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute. Vielen Dank, dass du dieses Video angeschaut hast. Bis bald. Hier kommt der Angriff Bauch. Es geht also. Über paths ripику. Neben beim 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 beim